Willkommen zu einem kleinen Tipp. Wie man sieht, zerhauen jetzt die Zombies diese normalen Tierzäune. Die hauen die kaputt und können da trotzdem durch. Damit kann man sich nicht mehr schützen. Dafür muss man jetzt hier diese neuen Barrikaden bauen. Daran sterben die dann an den Barrikaden. Die hauen die Zäune hier kaputt, wie man sieht. Das ist natürlich nicht so toll. Dafür braucht man dann eben die Barrikaden. Oder man baut den großen Zaun. Diese großen Riesenzäune. Da braucht man natürlich viel Holz. Da muss man viele Bäume durchhacken. Also die Tierzäune, wie man sieht, helfen nichts mehr. Schützen nicht mehr vor Zombies. Großen Zaun bauen oder Barrikaden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.